ich werde den verdacht nicht los dass ich hier einfach nur nicht dahin da bin wo ich sein musste sei die geschichte mit dem über springen da fällt mir gerade ein ich habe da unten was ausgeführt waren dass ich das nicht mehr machen muss ja gut dass ich trotzdem mache ein bisschen halsbrecherische sachen sind kein problem für mich genau da haben wir das aktiviert ich erinnere mich nämlich die brücke war irgendwo zwischendrin so wie wir das gerade gesehen haben ja da ist wieder der anfang wo viele teleporter hin laufe ich jetzt gerade noch mal den weg ja jetzt bin ich einmal durch ja gut wenn wir die prämischen schüssel angezeigt werden würde so nummer eins war es schon mal nicht schauen wir mal hinter tür nummer zwei zwei teleporter irgendwo dazwischen muss es sein ach jetzt verstehe ich auch das system man läuft aber tatsächlich im kreis aber das war dieser käse naja gut dass ich das nicht machen muss es war auch echt ein bisschen gemeint dass man den weg erst gezeigt bekommt wenn man ich schon durch ist das dort sieht wichtig aus da gehe ich mal hin wirklich freuen wenn ich da hinkomme das war das was rumzoll ist das eigentlich wieder zu das kann ich da machen oh schade ich dazu sind ja ein bereich jetzt habe ich das auch endlich gefunden da will ich nicht hin da werde ich ein bisschen geteilt das mag ich nicht so okay das war dafür okay das kann man nur wieder und und außen komplex nicht mit e die waffe das verstehe ich gar nicht schredder ja gefunden ich speichere mal kurz also die verteidigungsmöglichkeiten helfen jetzt auch nicht mehr groß das schon eher gut den haben auch zerstört so wenn ich jetzt alles andere richtig aktiviert habe müsste jetzt der primation schlüssel frei sein wir müssen ihn einfach nur noch holen in der mitte des rundells diese brücken haben wir übrigens auch schon in anderen level gesehen in der für zwei wenn ich mich recht entsinne und in level 3 ich denke da sind auch geheime bereiche abhauen oder draufhauen ich bin für abhauen ich muss jetzt alle anderen gemacht haben ja also ihr müsst halt mit jedem von diesen spezialfähigkeiten ein schalter umlegen damit ja den level 6 freige schlüssel kommt und der also das springen hat man werden das wasser ich glaube laba hatten wir auch aber ich bin bei lava grad nicht ganz sicher uns flüstern hatten wir ein glück geht dass ich glaube früher wäre das nicht gegangen ja wir haben alles erwischt das ziel das ist treasure was das ist das ist doch was das man braucht um das spiel zu beenden warum zählt das als schatz was verstehe wer will leben merkt den unterschied zu level 5 der ist enorm oder die frage ist wo wir rein sind ich glaube hier ich glaube schon dass wir hier rein sind man sieht falsch aus ich will nicht wieder den bauch des schiffs ich will ja eigentlich nur noch aus wo ist jeder wo ist jeder anfangen man warum muss das alles gleich aussehen ok es muss gegenüberliegend sein von dem hier ich muss das muss der eingang sein brauche danke wirklich danke das muss der eingang sein bei der die level 5 die fünfte tür die aufgegangen ist führt er natürlich gut zu wissen fehlt nur noch ein schlüssel den finden wir in level 3 in den sümpfen des todes verdammt lang her oder spiel statt gespeichert ach ich wollte das jetzt einfach auch hier es wird nicht das schatz schade weil ich mich recht und seine musste man hier unten rein vielleicht aber auch nicht und soll übrigens so langsam noch ein geheim bereich entdeckt schön wenn ich ihn schon mal finde nehme ich ihn mit aber irgendwo hier war ich glaube in diesem vergifteten wasser wasser sind wir langsamer ich tauche lieber unter wasser geht irgendwie schneller kennt das da müssen wir einfach drüber laufen über die sachen schön was ja alles drin ist oder die sachen kommt natürlich nur okay das hier ist ein konstruktions fehler ach so das war die kaputt brücke ok runter 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 unter wasser die schießen auf uns der kack stein da war es oder doch nicht als sieht man erstmal wie die level aufgebaut sind das sind uns so ein bisschen ein shadow man wenn man dann über lava laufen kann und feststellt die level hängen ja tatsächlich alle zusammen du kommst nicht her weil du doof bist und fett hässlich so vielleicht kriege ich ja doch noch in einem geheimen bereich hier also ein geheimen bereich weiß ich wo er ist okay wir gehen einfach mal ganz normal weiter hier dürfte eigentlich nichts mehr kommen durch den morast so ein bisschen und da fällt mir gerade was ein was ich bei meinem renner auf arbeiten gesehen hatte ach es war nicht hier doch das war da hinten das war nicht hier schade hier wird mal der matsch da muss man aufpassen sonst auf war ab hier drin war ich doch schon oder habe ich wahrscheinlich schon als geheimen bereich gefunden hier ging es doch nur zum anfang wieder zurück wenn ich mich recht entsinne und da irre ich mich gerade spielstand gespeichert genau hier war die sache mit dem anfang aber ich kann auch einfach mal den weg so laufen da finde ich auf jeden fall wieder zurück zurück hier war das arsenal genau hier weiter ah ok ne da sollte ich nicht rein laufen gegen ersticken bin ich leider nicht im mond du lässt das mal lieber und zwar hier das habe ich übersehen zählt aber auch nicht als secret schade ok gehen wir einfach mal ganz normal den weg weiter das ist bestimmt irgendwo gleich wieder so einer mit dem schwert vielleicht aber auch nicht könnt hier spielstand gespeichert aha das sieht gut aus was vielleicht doch hier das war doch nicht so am anfang ich weiß noch wenn ihr hier solltet ihr erst hingehen wenn ihr den torpedo werfer habt weil ihr habt ihr eine gegenströmung und das heißt ihr kriegt ganz schön schaden weil ihr am ertrinken seid wenn ihr raus solltet ihr lasst den mist du lässt das auch oh guck mal zwei mit schwert nummer eins nummer zwei und der weg ist frei war ja relativ einfach zieht das sogar im bereich ne schade anscheinend zu offensichtlich ach genau ah ne ultra gesundheit die könnte ich mir dann auch gleich nehmen das war ne linke nummer freigest schlüssel gefunden freigestaltet nicht gesehen schade kämpfer oder so ich weiß nicht ich könnte noch in der witz merkte dass diese gegenströmung trotz des torpedor werfers ihr braucht diese unterstützung von der geschwindigkeit durch das ding du hast wenig sauerstoff ja ja könnt euch vorstellen wie es ist wenn ihr ohne das ding durchtauchen möchtet also ich weiß noch bei einfach war es gut dass ich die ultra gesundheit habe weil es hat mir nämlich ordentlich leben abgezogen wieder weil ich sehr viel leben verloren habe durch ertrinken ich verstehe manchmal aber auch nicht was hier als geheimbereich zählt und was nicht nicht längst aber sind wir mit der anderen seite wenn hier genau die andere seite oh danke schade ist alles kein oder kein geheimbereich wenn ich schon mal dabei will ich auch gleich mit ihr witt Naja, ich geh ja schon. Du spinnst wohl. Ich hab grad ein bisschen Bonusleben, das würd ich gern behalten. Spielstart gespeichert. Sch amiga? Spawner! An den quadern. Wapp daw aus! Schade kommen an! Was auch Munitionsspawner, der sag ich doch. So, hier nicht hintergehen, da sterbt ihr. Weckes Sniperd. Wenn wir was gucken. Oh, Mist, war ich doch schon. Umsonst mein Leben riskiert. Da oben ist auch eine Munition respawn. Und ich würde gerne so mit so 200 Leben durch den Level kommen. Mehr wäre natürlich noch besser. Das war die Munitionsspawner. So, das war diese komische Brücke. Hoppla. Da ging er vor was. Ich schieße auch noch zweimal daneben. Da hinten war schon nur ein Versteck. Hier ist nur Matsche-Pampe. Sollte man besser nicht reinfallen. Gut. Das war nicht getroffen, aber erwischt habe ich ihn trotzdem. Schrot-Munition, sehr Dank. Ich will eigentlich jetzt nicht mehr getroffen werden. Nach Möglichkeit. Bei denen geht das relativ schnell. Ne, das war die Brücke. Spielstand gespeichert. Ich muss sagen, in dem Level läuft es jetzt gerade echt gut. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt die ganzen Schlüssel ganz gut gefunden habe, finde ich super. Ja, da war ich auch noch gerade. Gut, die da oben sind auch nicht wieder da. Die ganze Brücke ist leer. Wir haben die ganze Brücke für uns. Ich glaube, hier kommt kein Gegner mehr. So gut wie kein Gegner mehr. Hier hinten kommen jetzt wieder ein paar. Ob ich auf die Ultragesundheit komme? Keine Ahnung. Der hat einen glatten Durchschuss durch den Bauch. Den geht es jetzt nicht mehr so gut. Komm mal her. Was ist das? Hier war doch noch einer, oder? Nee. Ist egal. Ich habe mir erstmal die Munition. Da will ich dann gar nicht reinkommen. Das reichen. Damit kann ich sechs Gegner erlegen. Was war denn das gerade? Der wurde einfach abgebremst gerade. Ich weiß nicht mal warum. Ich kann die Ultragesundheit echt gut gebrauchen. Weil 300 Leben gegen die Prime Machine ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich überhaupt so komme. Ich weiß nicht, was das Maximalleben ist. Ich würde mich aber freuen, wenn ich so eine richtig große, fette Fernseherung an Leben hätte. Weil gegen den kann ich gebrauchen. Kann ich eigentlich alles gebrauchen, schätze ich mal. Er kann einen aber auch instant töten. Da schon wieder. Warum werde ich da abgebremst? Was soll denn das? Ich fühle mich verarscht. Also muss ich von oben springen. Aber ich werde da aus irgendeinem Grund abgebremst. Na zum Glück ist da nichts Tödliches unten, wenn man daneben springt. Da geht das. Aber ich will es trotzdem nicht zehn Stunden hier dran sitzen, die Ultragesundheit zu holen. Das ging ja gut. Ansonsten lasse ich es, wenn es nicht so nicht geht. Ich muss ja von hier versuchen. Das wäre aber auch so eine Spielstadt gespeichert. Ultragesundheit hat funktioniert. Ah, okay. 250 ist es anscheinend zum Maximale, was ich haben kann. Dann kann ich meinen Plan vergessen, auf 5.000 zu kommen. Was eh utopisch ist, aber... ...weine ich immer einer. Ah, genau. Den Geheimbereich hier wollte ich noch mitnehmen. Ah, ich kann das auch nicht mehr mitnehmen. Das ist interessant. Da ist gerade einer gespawnt. Ich habe es genau gesehen. Er hat es überlebt. Oder du hast sie doch nicht mehr alle. Geheimbereich. Haben wir schon 18 von 30. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich die dann irgendwann suchen werde. Oh, hier könnte ich dann wahrscheinlich auch noch rein. Oh, wir müssen auch einen Trick. Noch ein Gabebereich. Interessant. Sieht tödlich aus. Da gehen wir aber nicht hin. Kann man die runterholen da? Ah, ich verstehe. Frage ist, ob das auch nochmals bereich zählt. Ne, schade. Wäre aber nett gewesen. Ah! Der hat mein... Der hat mein schöne 250 beschädigt. Ich hätte jetzt nichts zum Heilen. Da wäre ich echt ein bisschen sauer. So. Spielstand gespeichert. Da komme ich wieder hoch. Und da hinten ist noch was okay. Ich wette, hier war irgendwas, was ich jetzt aber nicht sehe. Bei der Schwierigkeit. Wahrscheinlich irgendwelche roten Popeln oder so. Da haben wir Skopionsraketen. Ich glaube, früher hatte ich auch das Problem, dass man hier nicht mehr rausgekommen ist. Oder ich habe das ja nicht gesehen. Finde ich echt toll. Geheimbereiche, in geheimen Bereichen. Jetzt gehen wir wieder raus. Ich kann mich wieder voll machen. Dank dieser göttlichen Old Clines Fügung hier. Ah. Führe mich so kraftvoll. Und ich habe schon wieder die Stelle gehabt. Ich habe das gerade gesehen. Ich konnte gerade wieder nicht laufen. Der ist zur Seite gepackt. So. Nee. Ich speichere noch mal. Spielstand gespeichert. Und jetzt müsste eigentlich auch schon das Ende kommen. Ich gehe noch mal kurz zur Kolonie Mantilos. Wo ich das da einsetze, ist das die 5 Jahre. Ich habe eigentlich so ziemlich alles erreicht, was ich jetzt wollte. Bis auf, dass ich die Geheimbereiche noch nicht alle aufgedeckt habe. Aber wie gesagt, das ist aus meiner Sicht eher optional. Im Level 2 wüsste ich noch ein bisschen, wo im Geheimbereich ist. Da brauchte ich ja dieses komische Auge. Da bin ich ja nicht weitergekommen. Level 1 habe ich überhaupt keine Ahnung, wie ich da irgendwelche Secrets knacken soll. Einen, das würde ich gerne noch probieren. Spielstand gespeichert. Okay, ich kann ja nicht sterben. Gut. Einfach mal reinspringen, warum auch nicht. Du wirst merken, dass ich glaube, es wurde vorbereitet. ok das geht nicht ok dann laufen wir erstmal ein bisschen ah warte mal was soll waren das jetzt das habe ich nicht gesehen das habe ich nicht gesehen ok was muss ich angreifen ok seine Fühler ja sowas bestimmt nicht schon irgendwann muss ich seinen Kopf angreifen das weiß ich ich glaube jetzt Granaten mag er nicht so hat er sich gerade aufgeladen gut wenig ich brenne dich auch an wenn es sein muss oh warte mal wirst du was willst machen oh dauert ab ich wollte ich gerade wieder wappen und quälen ich habe wieder diese komische Bomben ich habe wieder diese komische Bomben eine ich werde diese komische nicht ich werde diesen ich werde den Okay, das hat richtig gut reingehauen, wie es aussieht. Oh, was war das denn? Der ist mir gerade 126 Leben mit einem Schuss abgezogen. Naja, den werden wir bei der nächsten Aufnahme nochmal versuchen. Bis zum nächsten Mal, bye Leute!